Hallo! Hallo! Heute haben wir was ganz besonderes für euch vorbereitet und zwar ein kleines Special mit ganz vielen Liedern, zu dem man sich super bewegen kann. Ja, deshalb wollen wir auch schon gleich mit dem Video-Tuber anfangen. Genau, wir müssen schließlich fahren sein. Und los! Wir sind fit, wie ein Turnschuh, und alle machen mit. Stepp nach rechts, stepp nach links, stepp nach rechts, stepp nach links, denn das bringt's! Wir kommen! Lauf, 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 Theo, lauf, lauf, lauf! Lärm dich auf, 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 das muss sein! Und nun geht es kreuz und quer, immer hin und immer her. Hey, das Laufen macht schon Spaß, komm, wir geben noch mal Gas! Theo, Theo ist fit, wie ein Turnschuh, und alle machen mit. Stepp nach rechts, stepp nach links, stepp nach rechts, stepp nach links, denn das bringt's! Und weiter! Dann, dann, dann kommt der Hampelmann, fängt zu hampeln an, das ist cool! Mensch, wer hätte das gedacht, dass es so viel Freude macht, mal ein Hampelmann zu sein? Echter Spaß, viel groß und klein! Theo, Theo ist fit, wie ein Turnschuh, und alle machen mit! Stepp nach rechts, stepp nach links, stepp nach rechts, stepp nach links, denn das bringt's! Jetzt alle! Jetzt alle! 1, 2, 3, mach den Butterfly, komm und sei dabei, hier im Team! Dann die Beine hoch hinauf, komm, mach mit und hör nicht auf! Hey, der Theo weiß das schon, das bringt Spaß und Kondition! Theo, Theo ist fit, wie ein Turnschuh, und alle machen mit! Stepp nach rechts, stepp nach links, stepp nach links, denn das bringt's! Jetzt geht's los, mach dich riesengroß, das ist echt famos, wie man sieht! Und dann mach dich klitzeklein, kriech ins Mauseloch hinein, und dann geht's mit viel Rabatz, wieder hoch mit einem Satz! Theo, Theo ist fit, wie ein Turnschuh, und alle machen mit! Stepp nach rechts, stepp nach links, stepp nach links, denn das bringt's! Oh, 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 setz dich auf den Po, mach es einfach so, wie jetzt ich! Denn jetzt kommt, was kommen muss, jetzt ist langsam wieder Schluss! Mit dem Fitness-Super-Hit, doch mit Theo sind wir fit! Superfett! Cha-Cha-Cha! Wir sind jetzt warm, und wir sind auch fit! Genau, jetzt kommen Samba und Sarah und tanzen Leute im Samba, Rumba, Cha-Cha-Cha! So, auch Samba und ich waren mit allen ein Lied tanzen, wir haben uns rausgesucht, Samba, Rumba, Cha-Cha-Cha! Und da wird beschrieben, was wir machen müssen, also macht einfach mit! Los geht's! Eins, zwei, drei! Wir tanzen Samba, hey! Wir tanzen Rumba, hey! Wir tanzen Cha-Cha-Cha! In Südamerika! Wir tanzen Samba, hey! Wir tanzen Rumba, hey! Wir tanzen Cha-Cha-Cha! In Südamerika! Ole! Wir klatschen in die Hände, wir klatschen in die Hände! Eins, zwei, drei! Und das Dress! Und wir stampfen mit den Füßen, wir stampfen mit den Füßen! Eins, zwei, drei! Und das Dress! Eins, zwei, drei! Wir tanzen Samba, hey! Wir tanzen Rumba, hey! Wir tanzen Scha-Cha-Cha! In Südamerika! Wir tanzen Samba, hey! Wir tanzen Rumba, hey! Wir tanzen Cha-Cha-Cha! In Südamerika! Ole! Wir drehen uns im Kreis, wir drehen uns im Kreis, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und wir springen in die Luft, wir springen in die Luft, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und wir wackeln mit dem Po, wir wackeln mit dem Po, 1, 2, 3 und wir wackeln mit der Hüfte, wir wackeln mit der Hüfte, 1, 2, 3 und dort rechts, 1, 2, 3 Wir tanzen Samba, wir tanzen Rumba, wir tanzen Schack, Schack, Schack in Südamerika Wir tanzen Samba, wir tanzen Rumba, wir tanzen Schack, Schack, Schack in Südamerika Wir tanzen Samba, wir tanzen Rumba, wir tanzen Schack, Schack, Schack in Südamerika Wir tanzen Samba, wir tanzen Rumba, wir tanzen Schack, Schack in Südamerika So, das war's mit Samba, Roma, tattischer Wir hoffen, das hat euch gefallen Uns hat Spaß gemacht Und wir sehen uns beim nächsten Lied Bye So, wir haben wieder zurück Vorher wir euch die Türen vom Bus machen Genau, los geht's Bus gehen auf und zu, auf und zu, auf und zu. Die Türen vom Bus gehen auf und zu, stundenlang. Die Räder vom Bus, die rollen dahin, rollen dahin, rollen dahin. Die Räder vom Bus, die rollen dahin, stundenlang. Die Wischer vom Bus machen wisch, 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 wisch. Die Wischer vom Bus machen wisch, 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 stundenlang. Die Hupe vom Bus macht tut, 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 tut. Die Hupe vom Bus macht tut, 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 stundenlang. Der Fahrer im Bus sagt, Fahrkarten bitte, Fahrkarten bitte, Fahrkarten bitte. Der Fahrer im Bus sagt, Fahrkarten bitte, stundenlang. Die Leute im Bus machen blablabla, blablabla, blablabla. Die Leute im Bus machen blablabla, stundenlang. Die Babys im Bus schlafen tief und fest, tief und fest. Die Babys im Bus schlafen tief und fest, stundenlang. Die Kinder im Bus machen zu viel Krach, zu viel Krach, zu viel Krach. Die Kinder im Bus machen zu viel Krach, stundenlang. Die ganze Zeit fährt der Bus immer weiter und weiter. Die Räder vom Bus, die rollen dahin, rollen dahin, rollen dahin. Die Räder vom Bus, die rollen dahin, stundenlang. So, wir sind jetzt die ganze Weile Bus gefahren. Und Sarah und Sarah tanzen mit euch jetzt den Turntiger. Bis gleich. Tada! Da sind wir wieder. Wir wollen mit euch die Turntiger tanzen. Da wird euch genau gesagt, was ihr machen müsst. Also hört gut zu und los geht's. Wir sind die Turntiger. Wir sind die Turntiger. Singt geschmeidisch, haben Kraft. Wir sind niemals abgeschlacht. Hier ist Action angesagt, das macht unsere Muskeln stark. Turntiger. Wir sind die Turntiger. Rennen macht mir unheimlich Spaß. Hüpfen wie ein Frosch durch das Gras. Klettern hoch an der Sprossenwand. Auch das Balancieren werd ich mal probieren. Bälle bringen jeden in Schwung. Räufen rollen überall rum. Schwingen an nem ganz dicken Seil. Auf der Matte toben, springen hoch nach oben. Macht Glück! Wir sind die Turntiger. Wir sind die Turntiger. Wir sind die Turntiger. Sind geschmeidisch, haben Kraft. Wir sind niemals abgeschlacht. Hier ist Action abgesagt. Das macht unsere Muskeln stark. Turntiger. Wir sind die Turntiger. Tanzen. Ja, das liebe ich sehr. Tücher. Schwingen jetzt hin und her. Rhythmus. Der ist immer dabei. Über Tisch und Bänke. Gelenkige Gelenke. Höher. Komm, versuch es nochmal. Schneller. Wirst du dann jedes Mal. Weiter. Immer weiter ein Stück. Versuch es immer wieder. Dann bist du der Sieger. Turntiger. Ja. Wir sind die Turntiger. Turntiger. Wir sind die Turntiger. Turntiger. Sind geschmeidisch, haben Kraft. Wir sind niemals abgeschlacht. Hier ist Action angesagt. Das macht unsere Muskeln stark. Turntiger. Turntiger. Wir sind die Turntiger. 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 Ah, ja, 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 ja. Wir sind die Turntiger. Turntiger. Wir sind die Turntiger. Turntiger. Sind geschmeidisch, haben Kraft. Wir sind niemals abgeschlacht. Hier ist Action angesagt. Das macht unsere Muskeln stark. Turntiger. Turntiger. Wir sind die Turntiger. 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 Sehr schön. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Es soll es auch heute reichen mit den Tänzen. Wir haben uns überlegt, wir haben schon ganz lange nicht mehr geklatscht. Deswegen wollen Sarah und ich jetzt noch einmal ein, zwei Klatschrhythmen mit euch machen. Okay? Ich mache vor und Sarah macht mit euch zu Hause nach. Erstmal ganz einfach. Wir sind ja ganz warm. Also. Und jetzt hier. Und alle zusammen. Und noch einmal. Das war leicht. Das können wir direkt überspringen. Achtung, Achtung. Mit Füße. Oh, oh, oh. Achtung. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt vier. Nochmal. Nochmal. Alle zusammen. Und noch einmal. Jetzt nochmal ein bisschen schwieriger. Achtung, Achtung. Oh, oh. Oh, oh. Mal gucken. Oh, oh. Oh, ich. Oh. Willst du direkt machen? Ihr macht es einmal. Ihr versucht es mal. Sonst mache ich nochmal vor. Los geht's. Sehr gut. Nochmal zusammen. Sehr schön. Das hat auch super geklappt. Machen wir noch ein super special Schwerm. Natürlich. Ein super special Schwerm noch. Ordentlich ausschütteln. Achtung, Achtung. Seid ihr bereit? Okay, das war wirklich special. Einmal mit mitzählen. Und eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Also zwei, vier. Kommen wir hin, oder? Und eins, zwei, vier, eins, zwei. Und nochmal. Und nochmal. Also ich glaube, wir haben heute so viel getanzt. Und so viel im Rhythmus geübt. Ihr seid richtig fit geworden, Alter. Auf jeden Fall. Genau. Das wird, glaube ich, Philipp und Heiko nochmal die Hände waschen lassen. Und dann reicht das für euch. Genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, wir sind wieder da. Und Sarah und Sarah haben mit euch geklatscht. Und wir wollen zum Abschluss noch einmal unsere Hände waschen. Genau. Hände waschen, Hände waschen muss ein jedes Kind. Hände waschen, Hände waschen bis sie sauber sind. Nun sind die Hände sauber, ja doch leider ist kein Handtuch da. Was machen wir da? Drum müssen wir sie schütteln. Schütteln, 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 schütteln. Drum müssen wir sie schütteln bis sie trocken sind. Und die Füße? Füße waschen, Füße waschen muss ein jedes Kind. Füße waschen, Füße waschen bis sie sauber sind. Nun sind die Füße sauber, ja doch leider ist kein Handtuch da. Und nun? Drum müssen wir sie schütteln, 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 schütteln. Drum müssen wir sie schütteln bis sie trocken sind. Und auch dem Popo. Popo waschen, Popo waschen muss ein jedes Kind. Popo waschen, Popo waschen bis er sauber ist. Nun ist der Popo sauber, ja doch leider ist kein Handtuch da. Aber ich weiß was. Drum müssen wir ihn schütteln, 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 schütteln. Drum müssen wir ihn schütteln bis dass er trocken ist. So, wir sind jetzt ganz sauber. Vielleicht können wir jetzt auch wieder weiter mit dem normalen Leben machen. Und wir hoffen euch hat dieses Special gefallen. Hab genau so viel Sport gemacht wie wir. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!